Hallo zu meinem Kanal Update und meiner Sendeparse im Juli, August und September. Was erwartet euch dann im Oktober? Skyrim, da wird aber der Sendetermin sich verschieben, also der Mittwoch bleibt, aber es gibt eine Serienpause hier und die Fortsetzung erfolgt erst wieder am 01.01.2017. Elder Scrolls, das Rollenspiel, das wird weitergeführt und zwar jeden zweiten Tag und macht viel, viel Spaß. Hier wird der 1.10. unser erster Tag sein, wo wir uns wieder mit auseinandersetzen. Weiterhin fahren wir, rollen wir mit dem Eurotruck Simulator 2 eine Fahrt die Woche, wieder am 01.10. weiter los. Und dann ein wunderbares Rollenspiel habe ich im Angebot und auch das am 01.10. geht es weiter. Hier ist der Sendetermin jeden zweiten Tag und zusätzlich noch den Samstag und Sonntag. Final Fantasy, ein emotional sehr schönes Rollenspiel, auch das am 01.10.2016 wird es weitergeführt. Commander the Great War, hier jeden Montag und Dienstag, geschichtlich kommentiert von mir, geht auch am 01.10.2016 weiter. Elite Dangerous, ein Weltraum-Simulator, jeden Sonntag mit kleinen Zwischensequenzen im All. Auch hier 01.10.2016 wird es weitergehen. Weiterhin bringe ich ein neues Adventure an den Start, nämlich Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Jeden Montag und Dienstag, Serienstart hier, der 01.10. Ja, ich habe wieder Witcher 3 aufgenommen, denn die Story ist einfach nur genial und die Bücher, die ich lese, die passen irgendwie zum Spiel und hier werde ich am 01.10. dieses Rollenspiel fortsetzen. Ansonsten kommt noch eine kleine Überraschung mit dazu, als Serienstart am 01.10.2016, wo es bei mir dann nach der Pause, nach der Sommerpause, nochmal für euch vom 01. Juli bis 30. September dann weitergeht für euch. Damit wünsche ich euch einen wunderschönen Sommer, wunderbare Ferien, wunderbaren Urlaub. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.